Fantastisch! Also, ich brauche Loons, Level 7 und einen Woot. Moment, ich meine mit der Tastatur her, ich habe das nämlich etwas weiter nach vorne gestellt, weil ich jetzt gleich noch was vorhabe. Also, so, das haben wir jetzt gesagt. Und ich habe vor etwas längerer Zeit, habe ich eine Trollbase gebaut. Diese Trollbase ist immer noch aktiv. Übrigens, ich muss euch eine ganz traurige Nachricht mitteilen, wir gucken mal eben. Ah ne, ist gar nicht hier drin, ist gar nicht hier drin. Oder Community, Moment, 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 Clans, Lesezeichen, kann ich gar nicht machen gerade. Nein, kann ich gerade gar nicht machen, das machen wir das nächste Mal. Also, vor nicht allzu langer Zeit habe ich eine Trollbase gebaut, nämlich diese hier. Welchen Sinn hat diese Trollbase? Ich habe alles, was großartig Lager, Elixiersammler, Bohrer und so weiter ist, habe ich alles nach außen gestellt, damit meine kleinen feinen Kobolde nicht abgelenkt werden. Daher das Rathaus seit, ich weiß gar nicht genau wie lange, irgendwann kam ja das Update. Das bedeutet, das Rathaus ist auch eine Art Ressourcengebäude, die Kobolde gehen also da drauf. Deswegen habe ich mir gedacht, schaffen es die Kobolde, das Rathaus zu snaggeln oder nicht? Ich habe extra den Inferno auf Single gestellt, damit hier auch nichts abgelenkt wird. Warte, wir können die noch alle auf Luft stellen, dann sind die etwas schwächer. So. Und was ganz besonders ist, Ah ne, warte, äh, 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 ich weiß nicht genau, wer das dann... Ne, wir lassen es mal so, wie es ist. Ich will auf jeden Fall fordern, Moment, ich will nicht, dass da irgendwas, äh, ach, was mache ich denn? Ich will nicht, dass da irgendwas durcheinander kommt, so Layout ändern. Oh, ich kann das sogar, oh geil, ich kann das sogar jetzt hier so machen, zack. Oh nein, hoffentlich, oh nein, oh nein, Moment, ich muss, ich muss, ich muss schreiben, dass Devil, ich bin ganz verwirrt heute Morgen. Ich muss schreiben, dass Devil das natürlich angreifen soll. Also. The Devil. Der Account von Iron Man hat dafür nämlich noch ganz spezielle Truppen und die will ich euch jetzt gleich auch zeigen, allerdings muss ich mal eben ganz kurz was ändern. Moment, der Account muss mal eben ganz schnell was ändern, denn ich habe da leider drei Wut-Zauber drin und die darf ich dann nicht drin haben. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen drei Wut, wir brauchen einen Freeze und jetzt sind wir ready. Jetzt sind wir ready to go und können jetzt auf jeden Fall angreifen. Ich habe wirklich... Äh, wir werden es ja sehen. Ihr werdet, ihr werdet es ja jetzt direkt sehen. Also, nämlich, Moment, ich muss immer jetzt doppelt gucken. Angriff, auf dem einen Handy drücken und auf dem anderen Handy muss ich auf Live-Ansehen klicken. Also, es ist etwas kompliziert, aber jetzt sehen wir es ja. Also, ich werde jetzt extra hier reinzoomen, damit, oder beziehungsweise euch diesen Ausschnitt jetzt zeigen, damit wir das auf jeden Fall auch mitkriegen alles. Ich habe 220 Kobolde, fünf Eismagier, äh, tatsächlich Eismagier noch, und noch zweimal den Center-Spell. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit dem Center-Spell und dreschen den einfach mal hier irgendwo drauf auf Sachen, die uns... Ja, es ist unglaublich, dass wir diesen Zauber immer noch benutzen können. Der Center-Spell gegen Rathaus Elf. Der Center-Spell gegen Rathaus Elf. Da ist er schon dabei. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. Reicht das? Ja, das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Wir nehmen jetzt als allererstes mal die Helden hier mit. Die Eismagier nehmen wir auch erstmal mit alle. So, müssen wir eben Syndikus machen. Und jetzt bitte sagt mir, dass sie alle in die Mitte laufen. Äh, was machen die denn? Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, was die machen. Weil, was machen sie jetzt? Wenn es vorbei ist. Ich habe jetzt gleich alle gesetzt. Oh Gott, guck mal, wie sie hüpfen. Guckt mal, wie sie hüpfen. Alter, was ist das denn? Guckt euch das mal an. Ich habe noch nicht mal alle gesetzt. Ich habe noch nicht mal alle gesetzt und sie hüpfen einfach wie verrückt. Ich habe noch nicht mal alle gesetzt. Ich probiere das gleich mal nur mit Kobolden aus. Ich probiere das gleich mal nur mit Kobolden aus. Alter Schwede. Wie die alle gehüpft sind. Das war ja, ey, das war ja echt abartig. Alter, ich gebe jetzt auch mal auf. Alter Schwede. Wie die gehüpft sind einfach nur. Wie die einfach nur über diese Mauern gesprungen sind. Wie geil war das denn, ey? Die Eismagier waren cool. Der Center-Spill war auch richtig cool. Aber die Kobolde, wie sie da gehüpft sind, das geht ja mal gar nicht, ey. So, jetzt nochmal Devil reinschreiben. Und jetzt probieren wir es nochmal. Ich werde jetzt mal nur die Kobolde setzen. Sollen wir noch einen? Ich überlege. Komm, wir nehmen noch. Ich hoffe, Iron Man tötet mich nicht, dass ich jetzt hier seine Juwelen auskäme. Aber ich gebe sie ihm zur Nutz zurück. Wir nehmen noch zwei Sprungzaubereien. Ah, nee, kann ich ja nicht. Moment, ich kann nicht zwei Sprungzaubereien nehmen, weil wir den Platz nicht haben. Ich kann maximal noch einen reinnehmen. Wir können es probieren. Wir können es probieren, noch einen Sprungzaubereien. Also, ihr versteht mich ja wahrscheinlich, dass ich auf keinen Fall die... Ich will auf keinen Fall natürlich den Center-Spill kaputt machen. So, also. Jetzt gegen mich selber sozusagen mit The Devil. Wir setzen jetzt seit allererstes natürlich mal den Sprungzaubereien. Aber es ist wirklich ein bisschen kompliziert, weil ich ja, wie gesagt, quasi zweimal das Ganze sehe. Ich versuche die jetzt mal ein bisschen so zu setzen, dass es funktioniert. Und ich muss jetzt auch wirklich hinter dem Mikrofon herluken und versuchen jetzt wirklich die Kobolde gescheit zu setzen, dass die auch richtig schnell unterwegs sind. Aber das wird schwierig. Es wird schwierig. Komm, hüpft, hüpft bitte rein. Oh, sie hüpfen schon wieder. Sie sind auf dem Weg. Sie sind auf dem Weg, meine kleinen Freunde. Komm, hüpft, 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 hüpft. Aber ich hätte dir den dritten auch direkt setzen sollen. Ah, ich habe es verpasst. Ich bin blöd. Jetzt hüpfen sie nämlich wieder alle da rum. Aus Frust werfe ich jetzt erstmal die, aus Frust werfe ich die Zauber jetzt da drauf. Wir hätten sie alle auf die eine Seite schmüpfen. Ah, Mann. Es ist, es ist ein Lernprozess, Leute. Es ist ein Lernprozess. Wir müssen, wir müssen lernen. Wir, wir versuchen es einfach nochmal. Es ist so lustig. Sie sehen so lustig aus, wenn die über diese Mauern hüpfen. Das habe ich noch nie gesehen in der Form. Noch nie. Das habe ich in der Form, habe ich das noch nie gesehen. Aber jetzt, okay, wir versuchen es nochmal. Also. Die totale. Die totale Einstellung. Und jetzt kommt. Ich muss jetzt mal genau überlegen, wo ich den hinsetze. Das ist schwierig. Eins. Diesmal ist er echt gut getimt. Zwei. Ah, aber schneidet er sich schon ein bisschen. Ich weiß nicht genau, was dann passiert, wenn der halt... Alter, wie geil das aussieht einfach nur. Wie geil das aussieht. Ich muss jetzt auch gucken, dass ich echt mal mit vier Fingern das hinkriege. Aber das schaffe ich nicht. Aber ich setze sie schon schnell. Also da kann man mir nichts vorwerfen. Ich setze sie schon halbwegs schnell. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie machen. Hüpft, meine Freunde. Hüpft, hüpft alle, hüpft alle rein. Bitte, bitte, bitte. Hüpft, 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 alle. Es ist so geil. Ich hab das echt noch nie. Da hüpfen wir dann zurück. Hüpfen wir dann zurück. Wir könnten es gleich mal mit Erdbeben probieren. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Alter, das wird wie sie alle am hüpfen sind. Wie sie einfach alle da rein hüpfen. Es ist so krass. Es ist echt richtig krass. Einmal probieren wir es. Einmal probieren wir es noch. Ein einziges Mal probieren wir es noch. Ich will es ein einziges Mal probieren. Ich muss auch mal eben dazu. Wir machen einen kurzen Cut. Ich überlege mal ganz kurz jetzt, wie ich das anpasse. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, jetzt hab ich mich nochmal herausgefordert. Und hab jetzt mal Erdbeben gebaut. Erdbeben-Zauber. Acht Stück. Und wir wollen natürlich jetzt nochmal die Eismagier natürlich auch noch mit dem Spiel nehmen. Also, erst mal die Eismagier. Die Eismagier werden uns jetzt ein bisschen helfen. Ich bin aus Versehen schon da drauf gekommen. Nein, die Geschenke sind ein bisschen zu weit nach da. Ey, das sieht so geil aus. Wie die Geschenke einfach da drauf fliegen. Jetzt setzt wir erst mal die Eismagier. So, Eismagier dahin. Kling. Lol. Wie schnell sie einfach kaputt sind. Wie schnell die Eismagier einfach kaputt sind. Okay. Ja, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Allerdings haben wir jetzt jetzt... Komm, jetzt können wir es noch schaffen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Moment, ich muss mir eben gucken, wo ich hinsetze. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Zack. Komm. Ja. Da ist alles kaputt, oder? Ja, das ist schon mal kaputt. So. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei. Und schon mal drei. Ups. Ah, sag mir, es reicht. Ja. Wir haben alles zerstört. Und jetzt können wir einmal durchrushen. Ey, das Ziel jetzt. Dieser, dieser Kollektor. Dieser, diese, ähm... Moment, ich muss das hier hier zoomen. Also das Ziel ist jetzt das, das und das. Die drei Sachen versuchen wir jetzt zu snaggeln. Ich lasse mal jetzt so, damit ihr alle seht. Und jetzt können wir alle setzen. Ich werde jetzt mal ganz weit rein zoomen. Damit ich auch alle wirklich mal auf einen Fleck gescheit gesetzt bekomme. Lass mich bitte mit vier Fingern setzen. So. Alle jetzt dahin. Es ist natürlich jetzt verzögert für mich. Ich sehe das natürlich auf dem Handy viel schneller alles. Ah, sie laufen alle dahin, wo sie hin sollen. Das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen. Jetzt können wir ja eh nichts mehr machen. Ah, jetzt ist die Adler-Dev leider an. Oh, jetzt müsst ihr aber schnell laufen, meine Kleinen. Sie laufen alle durch, aber sie sind da. Sie kommen nicht durch. Ah, sie laufen sogar tatsächlich bis da vorne hin. Wie viele Kollektoren werden sie sich jetzt noch holen können? Zwei? Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Oh, der hat sogar noch eine Mini noch geholt. Also, sie sind durchgelaufen. Sie sind tatsächlich durchgelaufen. Was mir nochmal... Es ist echt geil, dass wir noch zweimal... Dass wir wirklich noch... Habe ich... Wieso hat mir keiner was gespendet? Alter. Noch einen Wut zauberig bekommen. Das ist übrigens meine Armee schon mal für den Angriff. Aber das ist echt krass, ne? Dass quasi... Dass er immer noch den Center-Spell hat. Und dass der Center-Spell da immer noch Geschenke hinwirft. Ich bin manchmal schon... Wenn ihr noch Ideen habt, was ich noch machen soll damit. Mit dem... Mit dem... Mit dem Center-Spell und mit den Eismagiern. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende schon in dieser kleinen Troll-Episode. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war, wie gesagt, mal was anderes. Ich hatte die Base ja eh noch gebaut. Die war eh schon seit... So ein paar Tagen, glaube ich sogar. Also, seit zwei Wochen war sie fertig. Und ja, da habe ich mir gedacht, dann nehmen wir sie doch mal. Greifen sie mal an. Haben hier mal ein paar Prozente geholt. Und wir haben einige Angriffe gemacht. Und ja, dann sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und bis später. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.